Und damit willkommen zur Auslosung der 8 Vorrundengruppen für den Weltpokal 2018 in Marokko. Wir losen 8 Gruppen aus mit jeweils 4 Mannschaften aus den 32 Mannschaften, die ich bereits im letzten Video vorgestellt habe. Das sind die Teilnehmer für den Weltpokal, die wurden jetzt in 4 Töpfe sortiert nach dem FIFA-Ranking. Ausnahme ist der Gastgeber Marokko, der im ersten Topf ist, den werden wir auch gleich Gruppe A zuordnen. Das ist ja traditionell, dass der dann auch das Auftaktspiel bestreiten wird. Alle anderen Mannschaften werden zugelost. Die Auslosung habe ich bereits durchgeführt, denn es gibt ja auch einige Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel aus einer Konfederation dürfen nicht 2 Mannschaften gegeneinander spielen. Aus Europa maximal 2 pro Gruppe und um das Ganze etwas abzukürzen, um nicht im Nachhinein zu merken, ups, da war ja ein Fehler, alles nochmal, um das etwas kürzer zu machen. Ich kenne die Gruppen bereits, bin aber sicherlich bei der einen oder anderen Sache auch noch etwas überrascht und ich versuche das auch ein bisschen nochmal ab dem zweiten Topf dann vielleicht ein bisschen noch zu kommentieren. Mal schauen. Also, es ist eigentlich alles gesagt. Wir fangen an mit dem, was zu erwarten ist. Topf 1, der Gastgeber Marokko geht in Gruppe A als Gruppenkopf, wird das Auftaktspiel gegen eine noch unbekannte Mannschaft, der anderen drei Töpfe spielen, Auftakt dann in Casablanca. Und damit willkommen zur Auslosung der acht Vorrundengruppen des Weltpokals 2018 in Marokko. Wir losen die acht Vorrundengruppen aus, aus 32 Mannschaften, die ich bereits im letzten Video vorgestellt habe. Da gab es die Übersicht, auch die vier Töpfe, aus denen wir losen. Die Töpfe wurden eingeteilt nach dem aktuellen FIFA-Ranking. Ausnahme ist der Gastgeber Marokko, der im ersten Topf ist und dann auch gleich an die Position A1 gesetzt wird. Alle anderen Mannschaften aus dem ersten Topf werden die Gruppenköpfe der anderen Gruppen und die Mannschaften ab Topf 2 werden dann zugelost. Da wurde auch immer die Position noch ausgelost, sprich also auf 2, 3 oder 4. Das ist für die Reihenfolge des Spielplans relevant, wann wer gegen wen spielt. Und besonders in Gruppe A eben A2, das ist der Eröffnungsgegner Marokkos im Auftaktspiel. Es gilt nicht mehr als eine Mannschaft pro Konfederation. Ausnahme ist Europa. Bei 15 Mannschaften ist die Obergrenze bei 2 Mannschaften pro Gruppe. Und Australien ist in Asien, gehört zur asiatischen Konfederation, darf also nicht gegen andere asiatische Mannschaften spielen, wohl aber gegen Neuseeland. So. Es geht los. mit dem, was zu erwarten ist, mit Marokko, das als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt ist. Auftaktspiel gegen den dann zugelosten Gegner A2 in Casablanca. Weiter geht's mit den anderen sieben. Das sind auch die sieben Besten der Weltrangliste. Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Spanien und Polen. Die wie folgt zugelost werden. Belgien gilt in Gruppe B, Argentinien, Gruppe C, Gruppe D ist Polen, Deutschland in Gruppe E, Portugal, Gruppe F, Brasilien, Gruppe G, Spanien, wie immer bei den letzten Turnieren, Gruppe H. So wurden sie Weltmeister und so wurden sie auch Europameister. Heißt also mal wieder, Spanien ganz zum Ende. Deutschland beginnt, wie schon beim letzten Weltpokal 2015, in Gruppe E. Okay, so, dann werden jetzt die Gegner bestimmt und nochmal, die werden jetzt an unterschiedliche Positionen gesetzt. Das habe ich auch beim Auslosungsprozess, den ich ja vorher gemacht habe, berücksichtigt, dass die nicht jetzt alle auf A2 kommen oder auf die zweite Position, sondern auch vielleicht mal auf B3 oder H4. Ihr wisst, was ich meine. In Top 2 sind die Schweiz, Frankreich, Chile, Dänemark, Kolumbien, Kroatien, England und Mexiko. Und gelost wurde jetzt bereits schon, dass das Auftaktspiel in Casablanca dann Marokko gegen Kolumbien ist. Das sind die ersten beiden der Gruppe A. Die werden zum Auftakt dann gegeneinander spielen im großen Stadion von Casablanca. Belgien bekommt Chile zum Auftakt, Argentinien mal wieder, wie eigentlich fast immer bei großen Turnieren, gegen Mexiko, auch beim letzten Weltpokal und bei den letzten Weltmeisterschaften haben die gegeneinander gespielt. Polen gegen Frankreich, Gruppe D. Die deutsche Mannschaft spielt ganz am Ende der Gruppenphase gegen Dänemark. Portugal gegen Kroatien, auch bei der letzten EM ein Duell gewesen. Weltmeister-Duell Brasilien, England ganz am Ende und Spanien mal wieder, wie schon 2010, gegen die Schweiz. Top 3. Nordirland, Schweden, Uruguay, Costa Rica, Senegal, Schottland, Serbien, Australien. Einige Konstellationen sind jetzt schon nicht mehr möglich und wir schauen einfach mal, was gelost wurde. Nordirland geht zu Gastgeber Marokko und Kolumbien in Gruppe A, Schottland gegen Belgien und Chile. Argentinien und Mexiko bekommen dazu noch Serbien in Gruppe C, Gruppe D, Polen, Senegal und Frankreich. War mal ein Auftragsspiel der WM 2002, Senegal gegen Frankreich. Damals spielte noch der Titelverteidiger und Frankreich verlor damals gegen den Senegal. Jetzt also wird es das letzte Spiel sein, am dritten Spieltag der Gruppenphase. Gruppe E, Deutschland mal wieder gegen Australien. Dazu Dänemark, Gruppe F, Portugal, Kroatien, Uruguay. Gruppe G, Brasilien, Schweden, England und Gruppe H, Spanien, Costa Rica und die Schweiz. Kommen wir zum letzten Topf, zum vierten Topf. Ägypten, Kamerun, Nigeria, Japan, Südkorea, Russland, Saudi-Arabien und Neuseeland. Wir schauen, wie die Gruppen kompletiert werden. Mit Russland, dem WM-Gastgeber gegen den Gastgeber des Weltpokals. Russland in Gruppe A zu Marokko, Kolumbien und Nordirland. Gruppe B, Belgien, Chile, Kamerun und Schottland. Und Kamerun war ja Auftaktgegner beim letzten Weltpokal gegen England. Wird also jetzt gegen Belgien, Chile und Schottland spielen. Gruppe C, Argentinien, Südkorea, Mexiko und Serbien. Gruppe D, Polen, Senegal, Frankreich, Neuseeland. Gruppe E, Deutschland zum Auftakt gegen Nigeria. Dann Australien und dann Dänemark. Gruppe F, Portugal, Kroatien, Uruguay und Ägypten. Gruppe G, Brasilien, Schweden, Japan und England. Und Gruppe H, Spanien, Costa Rica, Schweiz und Saudi-Arabien. Eine von neun Mannschaften, die bei diesem Weltpokal das erste Mal dabei ist im Vergleich zu 2015. Das sind also die Gruppen. Das sind die Gruppen, die auch den Spielplan damit bestimmen. In den nächsten Tagen wird dann eine Grafik dazu rauskommen. Mit allen Spielen, auch mit den jeweiligen Stadien, in denen gespielt wird. Das also dann alles langsam Form annimmt. Ihr könnt euch jetzt aus diesem Plan schon mal so grob zusammendenken, wer dann gegen wen spielt. Wie die Reihenfolge ist, ist eigentlich wie bei jedem Turnier. Insofern, der Spielplan ist ab jetzt fix und so wird er bleiben und so wird dann der Weltpokal losgehen. Mit Marokko gegen Kolumbien, dem Auftaktspiel in Casablanca. Das war die Gruppenauslosung des Weltpokals 2018. Alle Gruppen gibt es dann auch nochmal im Überblick. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, bis zum Turnierauftakt. Dann Gruppe A, Marokko gegen Kolumbien. Bis dann! Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.